hallo micro freunde es ist wieder zeit für ihr seid meine freunde diesmal bin ich nicht auf der plot me welt und auch nicht auf der survival gs welt sondern in der ganz normalen welt hier ist nichts protected hier ist gar nichts gesichert außer die truhen vielleicht und und die türen aber ansonsten könnte hier theoretisch alles gekriegt werden aber es ist nichts gekriegt es ist alles heile und ihr seht schon ich habe die koordinaten aus mit absicht weil ich nicht will dass das von irgendwelchen griefern gefunden wird denn hier bauen sie gemeinschaftlich das ist hier von mehreren spielern die haben hier ihre eigenen regeln aufgestellt und ihre schilder und so weiter und jeder baut hier irgendwas und nichts ist gekriegt ich finde das so richtig geil hier wird nichts zerstört hier halten sie alle zusammen ich keine ahnung warum das da ist irgendeinen grundwerte schon haben auf jeden fall baut hier mehrere zusammen ohne dass irgendwie ärger mit liefern gibt oder was auch immer ich habe mich so richtig gefreut als ich das gefunden habe fand ich klasse ok das hier wird wahrscheinlich noch so ein terrasse oder so denke ich mal würde ich auf jeden fall so machen hallo grüper so hier hinten haben wir auch noch da ist auch noch richtig viel gebaut dann so so baumhäuser gemacht und mal hier ist auch noch was keine ahnung was das ist auf jeden fall hat es kein eingang oder doch ok ach was hier soll wahrscheinlich dann so aufgang sein oder so ok gehen wir mal wieder raus ich wollte die baumhäuser da wollte ich ja auch noch lang dann hier also ich finde das ist richtig toll gemacht hier haben die richtig klasse gemacht und das geist ist keiner grieft hier keiner macht hier irgendwas kaputt also die haben sich einen ganz abgelegenen platz gesucht finde ich richtig klasse ok da haben sowohl das lager cool mit gewächshaus finde ich ja geil gehen wir mal weiter also ich habe mir noch nicht alles angeschaut ich bin aber nur mal so ein bisschen drüber her als ich das entdeckt habe und ich fand das richtig klasse wir bauen mehrere spieler das habe ich daran erkannt weil das hier alles drohen von unterschiedlichen spielern ist ich finde das toll ich finde das ganz toll und die geben sich hier auch richtig viel viel mühe hier noch so ein schiff dann haben sie hier unter wasser haben sie noch gebaut das sieht aber aus als wäre es noch nicht ganz fertig naja was nicht ist kann auch werden ich würde mal interessieren wo es da reingeht also ich werde jetzt nichts aufmachen oder so dabei wäre ja dann auch griffen also ich werde da nichts zerstören nur um da rein zu kommen das wäre ein bisschen blöd das heißt moment ich habe doch eine andere möglichkeit moment 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 nein das finden wir da genau weil wir sind ja und dann können wir da so einiges machen versuchen wir es mal mit ihm nein mit der uhr wird es nicht geben kompass muss ich das so jetzt sind wir hier drin ist ja mal richtig geil also die geben sich hier richtig übelst viel mühe muss ich echt sagen und sowas kann entstehen wenn mehrere spieler zusammen spielen sich gut verstehen und keiner grieft ich finde das so was von hammer geil also ich habe mich richtig gefreut als ich das gefunden habe das finde ich richtig klasse hier geht es noch weiter wir haben es wirklich übelst viel gemacht das ist ja wahnsinn also die müssen da wirklich schon sehr lange dran sein hier stelle ich mal so fest was die hier alles gebaut haben allein die ganzen steine die dafür gebrannt werden müssen einfach nur wow und das ganze glas hier das ist wirklich hammer mäßig die haben sich da richtig richtig viel mühe gegeben ich finde das toll also ich bin richtig begeistert ok gut dann wollte ich mal euren wünschen nachkommen und noch mal ein paar kommentare ein paar witzige kommentare vorlesen das heißt heute gibt es wieder ein paar lustige kommentare und zwar fangen wir an mit dem ersten kommentar hey ich bin der sohn meiner mutter bin 12 ich mag euch also euer video ja das ist gut dass du das sohn deiner mutter wärst wärst du es nicht würde ich mir gedanken machen aber das war ja noch nicht alles der gleiche schrieb dann unter einem anderen video ich bin es wieder der sohn meiner mutter ich fand das video ganz cool ja ich bin auch der sohn meiner mutter haben wir zumindest was gemeinsam gut oh jetzt bin ich hier fest drin ach das ist eine leiter lesen wir den nächsten mal vor bist du eine frau oder ein mann schreibe einen kommentar ich wusste nicht was ich darauf schreiben sollte hab's dann auch gelassen weil ich muss ich denke da jetzt noch irgendwie drüber nach nicht weil ich nicht weiß was ich bin sondern wenn ich eine frau bin mal ernsthaft da würde ich mir doch gedanken um ein zartes stimmchen machen ok kommen wir zum nächsten ich sehe aus wie ein schmetterling oder war es ein schnitzel wörtlich so geschrieben wegen der habe ich mich tot gelacht lebe jetzt tot ernsthaft wir haben zombies wir haben zombies unter uns ok lesen wir weiter minecraft hat voll schlechte grafik alles sieht so eckig aus warum ist das so weil es mein kraft ist keine ahnung weil sich das so ausgedacht hat ja es ist alles eckig ich finde die grafik gar nicht mal so schlecht ich meine wenn man sich erst mal die pixel gewöhnt hat und an die eckigen blöcke und so es ist halt mein kraftiger keine ahnung warum das alles eckig ist aber es ist toll wahrscheinlich ist das mit absicht so gemacht einfach nur damit das alles so ein bisschen aneinander passt gut dann der nächste kommentar wenn man den sandstein genau ansieht erkennt man als übrigens ach ja das ist jetzt was für alle verschwörungstheoretiker wenn man den sandstein genau ansieht erkennt man ein s ein eingeritztes s und ich weiß was es damit auf sich hat es steht für spinnen in minecraft gibt es spinnenarten höhlenspinne und die normale spinne in minecraft haben die spinnen sechs beine also sechs durch zwei gleich drei was verbindet man als erstes mit einer drei klar ein dreieck und was verbindet man als erstes mit einem dreieck klar die illuminaten deswegen glaube ich dass die illuminaten in minecraft gehackt haben okay das ist mal so richtig die fette verschwörungstheorie keine ahnung wie du da drauf kommst aber ich fand es gut auf jeden fall haben wir hier auch das wollte ich eigentlich zumachen so hier nicht abhauen so jetzt cool da haben sie ihre pferde hier so gesichert das finde ich auch gut gut kommen wir zum nächsten das ist toilettenpapier ist das toilettenpapier 2 genau das war unter dem kommentar von der toilettenpapier rolle die ich gebaut hatte ist das toilettenpapier 2 lage nein schau dir mal die dicken blöcke an es ist mindestens zehn lage ich besonders weich das streichelt den popo okay das nächste name isos wohnst du neben einem gelben altersheim nein nein und falls du darauf anspielen willst dass ich hier ins altersheim gehöre so alt bin ich noch nicht gut kommen wir zum nächsten kommentar wie es aussieht hat ja mal ein programmier fehler dem fand ich mal geil jammer hat ein programmier fehler jetzt wissen wir zumindest was mit jama falsch läuft ja ja mal ja mal falls du das siehst du hast eine programmier fehler geht auch bitte mal zum it spezialisten und lass das in ordnung bringen doch die lösung aber das war ja noch nicht alles dann habe ich da noch einen weiteren kurz darauf gelesen ich weiß nicht mehr ob das von dem selben war aber ich glaube das war von einem anderen zuschauer der schrieb dann jammer ist verrückt lauf mythos lauf ein guter ratschlag nur leider zu spät jetzt mal ernsthaft so schlimm ist ja doch auch nicht ich mag den kerl ist lustig auf jeden fall und ohne ihn ich weiß nicht ob das ganz so witzig alles wäre ich könnte auch ein paar witz einbauen aber das ist nicht so mein stil ist nicht meine art ich weiß nicht ich bin eben ich bin alter verkalkter typ der so total staubig und langweilig ist aber ich gebe mein bestes hier ok das waren dann wieder die kommentare für heute ich hoffe es hat euch gefallen und beherzig bitte diesen rat wenn ein hammer kommt lauf lauft einfach nur lauf ok ich sag bis zum nächsten mal und tschüss so Musik Musik